Inhaltsleeres Papier und schneller fertig als die Zentralmatura. Das ist der Titel einer Presseaussendung der ÖVP Burgenland. Auf dem dazugehörigen Foto sieht man, wie ÖVP-Klubobmann Christian Sagatz und ÖVP-Landesgeschäftsführer Christian Wolff mit Sand spielen. In dieser Aussendung lesen wir heftige Kritik am SPÖ-FPÖ-Regierungsübereinkommen. Zu dieser Presseaussendung haben wir die Reaktion von Johann Tschürz, dem FPÖ-Landesparteiobmann, eingeholt. Nachdem die ÖVP heute diese Pressekonferenz abgehalten hat und versucht hier negativ gegen die neue Regierungspartei FPÖ zu wettern, gebe ich dem Herrn Sagatz folgendes mit. Er wird sich wundern, also da wird die Bundesregierung mit der ÖVP schon ein paar Mal zerfallen sein, wird es die FPÖ-Regierung noch immer geben.